Ich wollte dich längst schon wieder sehen, mein alter Freund aus Kindertagen. Ich hatte manches dir zu sagen und wusste, du wirst mich verstehen. Als kleines Mädchen kam ich schon zu dir mit all den Kindersorgen. Ich fühlte mich bei dir geborgen und aller Kummer flog davon. Schon hab ich in deinem Arm geweint, strichst du mit deinen grünen Blättern, mir Wasser, mein alter Freund. Ich glaube, Dieter Bohlen würde jetzt sagen, ich würde es dem Baum vorsingen, der kann nicht weglaufen. Ich würde sowas natürlich niemals sagen, das wäre ja gemein. Trost! Ich habe es ja nicht gesagt, er würde das sagen. Ich finde die Songauswahl schon und dann, also für mich ist es nix. Ja, Brigitte, ich fand auch, das war irgendwie echt so gar nichts. Also ich mag den Song sehr gern, aber der kam so emotionslos von dir rüber. Das war, nee, also für mich auch nicht weiter. Ich mag den Song nicht gerne und sehe mich so ein bisschen als Anwalt der Radi Hamburg-Hörer. Ich glaube, sie hätten auch überhaupt gar keine Chance mit dem Auftritt, mit dem Song. Leider nein. Das war's. Aber danke fürs Kommen. Dankeschön. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020